Ja, wir haben für 96 Plus ein paar bunte Tüten verteilt. Das ist eine super Aktion, dafür haben wir uns sehr, sehr gerne die Zeit genommen und hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Wir haben im Juni diesen Jahres das Social Kiosk Netzwerk etabliert bei 96 Plus, damit wir den Menschen in Hannover einen einfachen Zugang zu sozialem Engagement ermöglichen. Und deswegen haben wir jetzt die Aktion Bunte Tüte für eine bunte Gesellschaft ins Leben gerufen und das Prinzip ist eigentlich selbsterklärend. Für jede bunte Tüte, die ihr an einem Social Kiosk kauft, spenden wir, das sind 96 Plus und Klarios, 10 Cent für ein soziales Projekt, welches sich dafür engagiert. Unsere Stadtgesellschaft noch bunter zu machen. Es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben uns die Zeit gerne genommen. Mal was Neues gewesen, auf jeden Fall auf die Leute zuzugehen, aber für einen guten Zweck. Es ist was Schönes und es hat Spaß gemacht. ENDE ENDE Bis zum nächsten Mal.